Hallo, es ist Martin von ManyMankies, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 10.12.2020 und unser DAX hat bullische Zeichen gezeigt. Direkt zum Start hat er unsere kleine Range, die wir die letzten Tage immer wieder im Blick hatten, nach oben aufgelöst, hat auch das Ziel erreichen können und dort aber ganz dünne Beinchen gezeigt. Also, wenn Sie sich mal so vorstellen, Sie stehen hier daneben und schubsen einmal kräftig dagegen, können Sie sich vielleicht vorstellen, wie die Kuh umfällt, so ungefähr ist der DAX umgefallen halt. Also, wir hatten ja hier die 13.330 und unten die 13.190 hier ein bisschen im Visier oder die 13.300 und wenn der DAX da drüber sollte, sollte er dann hier nochmal an die 4.60 ran können und wenn er die dann auch noch knackt, sogar bis 5.70 hoch. Das hat er nicht geschafft, da ist aber, also erstmal ans erste Teiltieg überhaupt aus dem Ausbruch rausgegangen. Ja, das heißt, das hat soweit geklappt und hat hier oben ein neues Verlaufshoch ausgebildet. Ja, also es war ein höheres Hoch, was aber direkt auf die Nase gab. Also, ich fand eigentlich sah das gar nicht so schlecht aus. Der war, der war jetzt nicht, also der war nicht hart weggekontert worden da oben halt. Ne, der ist, dem hat einfach der Zug gefehlt, dem haben die Anschlusskäufe gefehlt und das ist ihm hinten raus dann so ein bisschen auf die Füße gefallen, wenn die Leute sich dann so mit zunehmender Handelszeit gesagt haben, ne, was ist denn jetzt hier, ich denke Johnson, der ist in Brüssel, wann kommt denn da mal die positiven Nachrichten? Und da kamen keine positiven Nachrichten, zumindestens habe ich es jetzt nicht mitbekommen halt, ne. Das birgt natürlich aber auch für den Donnerstag jetzt noch das Risiko, da sind gerade noch Gespräche wegen Brexit, Deal, No Deal, da kann kurzfristig einfach noch was kommen und ich sag mal so aus Erfahrung, neigen ja die Leute dann doch dazu, irgendwann so eine Deal zu kriegen, ne. Das ist wie mit Amerika, wenn es um A heißt, die sind wieder pleite, wenn sie keine Entscheidung finden und zahlungsunfähig und so weiter und plötzlich geht es dann doch halt, ne. Also so kurz vor der Angst, ich könnte dem, also ich würde schon denken, dass wir da Überraschungsmomenten auf der Oberseite einplanen sollen und das definitiv jetzt zum Donnerstag auch, weil hier jetzt alle davon ausgehen, dass der gerade nach unten durchfällt, nach dem, was er oben gezeigt hat, also da muss man aufpassen. So mal Pima Auge hier oder Pima Daumen, ne. Wenn ich bloß das hier sehe, da brauche ich nicht mal ein Fibonacci Retracement anlegen, um zu sehen, dass der sich hier auf ein 61er Retracement gestellt hat, ne. Das muss man nicht ziehen, das sieht man mit bloßem Auge halt, ne. Und er hat sich auf die 300, auf die Range nochmal von oben gestellt, also wenn der mit nem, wenn der nach oben los trudelt zum Donnerstag, also ich glaube, dem, dem muss man so ein bisschen Leine geben. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das neue Hoch auch nicht gehalten wird, wenn er eins hinkriegt, also vielleicht von der 500 oder so wieder noch nach unten wegschlägt, aber muss dem hier ein bisschen Platz geben, glaube ich. Das glaube ich schon, also wenn es dem jetzt zum Donnerstag hier oben rausrennt, ich sage mal, ähm, eine 350 und dann wieder runter oder 360, 370, das hier und dann so runter und neue Tees machen, das wäre, das wäre dann eher in dem Sinne von so, ne. Aber sollte der hier gleich früh richtig mit Stress reinkommen und über 370, 380 drüber steigen und dann schon an der 400 knacken und dann da sich ordentlich in Kampfstellung legen und dann kommt ne News, da macht er aber ganz flotte Füße halt, ne. Also da muss man dann sehr aufpassen, aber ich sage mal, alles, was jetzt hier unten raus, unten raus geht, also auch unter das Tief vom Mittwoch, also ich glaube schon, dass er da ein bisschen noch auf die Nase kriegen kann halt, ne. Also wenn er den Stundenschluss noch wieder in die Range reinstellt hier unter die 280, 290, ich glaube, da kann man auf die Füße fallen, aber man darf den jetzt nicht oben unterschätzen halt, also nur weil er jetzt nicht geliefert hat zum Mittwoch, jetzt zu sagen, boah, ich gehe jetzt massiv short zum Donnerstag, ganz ein bisschen Vorsicht. Also, ähm, ich würde es ein bisschen auch vom Start abhängig machen, ne. Aber wenn der nach oben durchballert, ich würde dann nicht unbedingt zwingend gleich short dagegen knallen. Warten Sie die roten Kerzen ab, warten Sie die roten Stundenkerzen ab, halt, ne. Also, ähm, das ist eine gefährliche Situation, weil wirklich sehr, sehr viele davon überzeugt sind, dass der jetzt verschlagen wird hier zum Donnerstag und diese Brexit-Kacke halt noch so im Hintergrund ist und da jederzeit irgendwie was kommen kann. Und das muss nicht negativ sein. Also, klar kann das sein, dass die sagen, oh, wir gehen hier wieder auseinander und haben keinen Deal, aber, also, ich meine, die müssen was machen. Mal ganz unter uns gesagt. Also, ähm, ich weiß es nicht. Meine Politiker handeln nicht immer rational, das wissen wir auch. Äh, manchmal haben sie auch einfach keine Ahnung und denken nur, dass sie das Richtige tun. Aber ich würde das, ich würde das Risiko einfach einkalkulieren, dass der nach oben richtig losrennen kann. Äh, das heißt, auf der Short-Seite, ähm, Absicherung ruhig, dann immer zügig nachziehen halt und halt wirklich darauf achten, dass man auf den roten Kerzen shortet. Also, das ist, ich mache mir einen Zettel an den Bildschirm, dass ich nicht in grüne Kerzen short reinversuche. Äh, definitiv, ja, weil das wird reizvoll werden. Wenn da so eine News kommt, ähm, das muss jetzt nicht vergleichbar mit dem sein, ja, aber das Brexit-Thema ist recht groß. Ja, erinnert euch, damals, als diese Abstimmung war, da gab es einen 600-Punkte-Gap. Ja, das muss jetzt nicht heißen, dass es hier einen 600-Punkte-Gap gibt, aber ich fände es unverhältnismäßig, wenn da jetzt eine Entscheidung kommt, von wegen zum Beispiel, ähm, man hat jetzt einen Deal und man hat sich jetzt doch geeinigt gekommen, dann macht der nicht nur 50 Punkte. Das glaube ich nicht. Das wäre unverhältnismäßig einfach. Ja, so, und von daher planen wir das mal ein bisschen ein, weil das kann sehr spontan kommen und da sollte man auf jeden Fall zum Donnerstag schön drauf achten, wenn man in Termin ist oder was, gehen ja viele von Ihnen arbeiten, dass Sie da die Absicherung halt auch ein bisschen setzen halt, ne, nicht, dass Sie plötzlich aus dem Termin wiederkommen und Sie sitzen 500 Punkte im Minus. Das wäre wirklich Worst Case. Also, schön, die Orders überprüfen. Ich halte das Risiko für... Oben wie unten. Ich würde das Risiko, dass wir spontane Bewegungsausschläge kriegen können, das würde ich mit einkalkulieren. So, jetzt gucken wir uns doch kurz die Lage an. Also, wie gesagt, ich habe ja eigentlich schon vieles vorweggenommen, ne. Wir sind, äh, haben den Ausbruch gemacht, wir haben das erste Ziel erreicht, das zweite Ziel nicht. Wir haben jetzt den Pullback gemacht, haben den Pullback erstmal verteidigt, das Niveau oben 300, haben auch das Gap hier zugeschlossen, sind nicht unter 300 aus dem Handel rausgegangen. Im Tagesschart definitiv eine schlechte Kerze. Ohne Frage, brauchen wir gar nicht gucken. Das ist eine Kerze mit einem ganz langen Docht obendran halt, ne. Also, die, äh, die kann nicht schön aussehen, aber wenn der sich jetzt weiter hochdrückt, kann er die auch nochmal zurück ablaufen. Und dann wäre, weil wir ja mit dem neuen Verlaufshoch ein neues Hoch bestätigt haben, ein Aufwärtstrend, ähm, intakt, der ja dann ein neues Hoch fordern würde. Und dann sind wir schnell bei einer 13.500. Also, wenn der DAX zum, ich fordere von dem recht klare Ansagen, wenn er mir über die 30, äh, 13.380 so drüber macht, ne, das ist so für mich so ein Punkt, wo ich so sage, ja, 13.380, 13.400, bis dahin wäre es noch okay. Ne, eigentlich wäre das schon nicht mehr okay. Das wäre eigentlich nicht mehr okay, um danach nochmal ein neues Tief zu machen. Dann müsst ihr schon eher wegdrehen, und wirklich Schwäche zeigen, damit ihr unten rauskommt. Ansonsten wird man ihm das als Rücklauf andrehen, und dann oben rauszugeben. Und dann hält er Potenzial bis 13.500. Ich weiß, sie haben eine andere Erwartungshaltung, das wird auch dem einen oder anderen nicht gefallen, aber gucken sie sich das an, wie der steht. Und wie er schon die letzte grüne Kerze vorbereitet hat. planst es ein, planst es ein. Wenn es nicht so kommt, dann ist er immer noch gut. Ja, aber ich würde schon da oben ein bisschen, ein bisschen aufpassen. So, sollte er aber unten drunter durchgehen, dann haben wir hier direkt einen Spielraum, auch bis 200, bis 1,90. Da brauchen wir nicht lang rumfackeln, klar, eine 250, eine 280. Das sind interessante Marken dazwischen, aber wenn er jetzt mit so viel Stoßgewalt von dem neuen Hoch runterkommt, und er wird wieder in die Range reingeschlagen, dann wird er auch unten ein Ausbruchversuch. Dann war das nämlich ein Fehlausbruch und dann kommt unten der nächste Ausbruchsversuch und dann muss er dann unter die 61 drunter. Ja, also, deswegen würde ich mal das hier einfach noch mit stehen lassen, dass man die untere Range kann dann auch ein bisschen in der Bedeutung stehen lassen, können die auch ein bisschen überzogrücken, das ist legitim. Ja, und dann hier so 13,130, 13,100 rein. Das wären dann so die direkten Bewegungsziele und das ist hier so ein bisschen Pufferzone. Ja, und ansonsten alles, was hier höher geht, alles, was hier höher geht, naja, kriegen wir das hier irgendwie dran, alles, was hier höher geht, also, ja, ich würde, ich würde, ich würde sagen, dann kommt die 500. Ja, das ist mir ein bisschen auch zu, 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 sind alle gleich zu geil auf Short. Es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund und momentan ist so und so die Psyche der größte Gegner ganz, 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 ganz viele, die immer wieder jeden Tag dastehen und sagen, ah, wie verrückt ist denn der Markt, das ist doch alles nicht real, das hat da nichts mit Realität zu tun. Sehr, sehr viele, die mit dem Kopf momentan dagegen stehen, gegen das, was passiert. Ne, die sagen, sie verstehen den Markt nicht, ah, und das ist so, das ist, normalerweise fällt er erst richtig, wenn alle dastehen und sagen, naja, dann gehe ich halt long. Wenn wirklich, wenn wirklich fast alle die, die, die Short-Ideen und, ähm, der muss doch fallen, raus haben, weil die Leute, die überzeugt davon sind, die bauen da unten auch wieder ein und das füttert immer wieder den Markt halt, ne, die bauen da unten sofort wieder Short auf und das macht es schwerer für den Dax, der kann dann trotzdem fallen, aber das macht es einfach schwerer und man sieht es häufig, dass es sich die Leute vorher frei macht und das hat er hier nicht geschafft. Damit hat da keiner aus der Reserve gelockt, da lachen jetzt alle, die vorher Short drin waren, weil sie sich bestätigt fühlen. Ne, also so rein von dem psychologischen Aspekt und auch mit diesem Brexit, ich würde oben den nicht unterschätzen. Ich persönlich werde mich freuen, wenn der fällt. Ja, also ich, ich will den gar nicht da oben haben, aber so, ich muss ihnen ein neutrales Bild in der Analyse geben und das neutrale Bild, und das habe ich auch, sagt mir, dass oben noch Risiko liegt und dass das noch nicht ausreichend war. Das, wir sind ja nicht mal unterhalb des Vortageskloßes rausgegangen, also unterm Strich hat er sogar ein Tagesplus stehen im Vergleich zu gestern. Das ist jetzt kein Grund, um ihn jetzt hier positiv hervorzuheben. Das war eine schwache Leistung, aber trotzdem, da kam punktuell Geld rein und so weiter, er hat das Rücklaufniveau gehalten, ist jetzt nicht unter 2,50 oder mit einem neuen Tief rausgegangen. Wir haben kein tieferes Tief. Das ist wichtig. Ja, ich persönlich würde deswegen zum Donnerstag sagen, unterhalb von 300, der DAX für mich gefährdet nach unten, unterhalb von 300, 280, aber oberhalb, ich sag mal, 3,80, 400 ist ja für mich long. Dazwischen, keine Ahnung, wieder seitwärts, ja, aber wenn er da oben drüber geht, ja, kann bis 500 nur ran. Das wäre dann nur ein weiteres, höheres Hoch und das in einem noch aktiven Aufwärtsrennen. Völlig legitim, das wäre völlig legitim. Ja, deswegen unterschätze ich mir das Risiko nicht, aber ich freue mich auch mit Ihnen, wenn der unten rausgeschoben wird. Und insbesondere, wenn ich dann 1,90, 1,70 hier unten neue Signale kriege, dann kann man den auch technisch wieder ein bisschen mehr anzielen. Es ist halt, es ist halt einfach so. Passieren kann immer alles. Ich kann Ihnen nur das zeigen, wo ich sage, man macht häufig in bestimmten Situationen und ob er sich daran hält, das ist ja seine Sache. Muss sich nicht daran halten, muss sich nicht daran halten, was wir hier machen. Aber tut es recht oft. Wir gucken mal, wir gucken mal. Also ich bin, ich bin grundsätzlich offen, aber ich sage mal, technisch betrachtet ist das noch kein sicherer Short. Das sollte all denen klar sein, die hier vielleicht mit ein bisschen zu viel Überzeugung unterwegs sind. Okay? Gut. Insofern machen wir das hier zu. Ich denke, die Eckpunkte sind klar. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Donnerstag haben meist recht viel Bewegung. Das kann Spaß machen. Ja, meist auch hin und her. Also würde vielleicht sogar dafür sprechen, dass er vielleicht eine 3,80 probiert, dann unten einen Ausbruch, 2,80 schnell wieder zurück, 3,50 dann die Entscheidung hinten am Nachmittag, ob oben raus oder unten raus. Also es kann schon sein, dass er noch ein bisschen hin und her fucht. Ja? Gut. Ich mache zu. Wünsche euch, wir können den Tagesschat noch kurz reingucken, aber wie gesagt, die Kerze, das ist klar, wie die aussieht. Die kann nicht anders aussehen, ist aber auch noch in dem Sinne kein Signal. Also es ist noch nicht, da fehlt jetzt noch eine, da würde jetzt noch eine rote Kerze dahinter fehlen, die die Kerze hier bestätigt. Da kann man noch nicht so viel mit anfangen. Na, auf jeden Fall interessant, dass das neue hoch abverkauft wurde, aber es ist weiterhin, und das erzählen wir seit Tagen, er muss halt auch unten Signale bringen. Ja, nur oben nicht steigen reicht nicht für mittelfristige Shortposition. Er muss halt auch fallen, er muss in eine Tieffolge übergehen, er muss fallende Tiefs reinstellen. Okay, gut, dann hier, Cut, und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.